Musik Meine Damen und Herren, der FIS Sommer Grand Prix 2013, das Finale in Klingenthal. Wir kommen zur Siegeröhrung. Die Ehrungen nehmen vor Heiko Krause, Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes, Dr. Tassino Lenk, Landrat des Fuchtankreises und Thomas Henning, Bürgermeister der Stadt Klingenthal. Und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr hier in Klingenthal heute am 3. Oktober ein Riesen-Comeback gefeiert hat. Platz 3 für den Film für Janne Halle. Auch er hat gekämpft über Monate, über Jahre und sein Siegesriller hat sich ausgezahlt. Aus Österreich, Platz 2, Andreas Kofler! Er ist der Überflieber Esel-Saison, deswegen darf er ganz nach oben aufstehen. Aus Deutschland, Abtag für Deutschland! Aus Deutschland! Aus Deutschland! Aus Deutschland! Aus Deutschland! Aus Deutschland! Hier sind wir jetzt am Untertitel. Hier haben wir jetzt! Jetzt, hier haben wir jetzt hier. Hier haben wir jetzt hier. Hier ist es aber noch ein bisschen. Hier bleibt gerade. Vielleicht will ich auch noch mal direkt. Ja. 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 Ja.